Christian, ich bin so ein Produkt, aber da ist ja kein Mensch, ja? Wie hat es denn da groß? Ja, ganz so. Sagen wir mal so, ich kann mir an... Ach, ja, das war ein bisschen. Okay, so. Bitte, danke. Wir haben alles ausgeschaltet, wir haben alles aus und... Ja, die können wir abschalten, wenn das nicht soll? Nein, die Frage war einfach, ob wir das wieder haben wollen. Also, wenn wir das nicht haben wollen, dann können wir das nicht haben. Ich meine, in der Tatschübung der Zuschauer auch mal. Wir haben jetzt irgendwas mit Starling gemacht, ich weiß nicht, was. Aber Starling war doch ein Schüssel, oder? Ja, das war es gar nicht. Ja, okay. Starling ist ja ein Mask. Okay.